Es war vielleicht nicht jede Station die perfekte Postkarten-Idylle, aber was war das für eine Reise? Ich hätte nie gedacht, dass er sich verlieben könnte. Halte deine Freunde nah bei dir, aber deine Feinde noch mehr. Du musstest geistig rege sein und den Mut haben, du selbst zu bleiben am Potterschen Esstisch. Das endgültige Drehbuch war so weit weg von der Wirklichkeit unseres Lebens. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du bist derjenige Drehbuch. Let's do it, let's fall in love.